I'm only human after all, I'm only human after all, don't put the pain on me Servus Freunde und willkommen zum 9. Part von New Super Mario Bros. Wii Wir haben ja beim letzten Mal 4 Level schon gemacht, darunter auch 2 scheiß Level erwischt Jetzt machen wir allerdings weiter Ich hab mal ein bisschen die Grafik auch ein bisschen eingestellt und hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser läuft Denn ich hab mir die Aufnahme vorhin ein bisschen angeguckt und naja, also da gab es glaube ich schon ein paar, ich sag jetzt mal Grafikprobleme Es liegt daran, dass sie aber auch nicht richtig eingestellt waren Jetzt hab ich's nochmal ein bisschen anders eingestellt und hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser läuft Ansonsten sehe ich mir die Aufnahme sowieso nochmal an, schneide natürlich auch nochmal das Video Aber naja, das ist erst später, jetzt machen wir weiter Das nächste Level ist No Fall Peak Peak, Alpine Peak 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 Verpiss dich! Kann sein, dass hier... Ich wollte nur nachschauen, dass da vielleicht eine Starcoin ist, aber war anscheinend keine Kann ich nicht einnehmen? Ne, natürlich nicht Boah, das war knapp... Oh! Oh! Scheiße! Ich brauch ne Brostblume, ich glaube da ist vielleicht irgendwas Oh! Dann ist er gut Okay, hier ist nichts Ist sogar die erste Ist sogar die erste! Aber... Du Wichser alter! Aber manchmal ist es echt so Wo man eben... Wo es einfach irgendwie normal ist, also wo auch... Zum Beispiel für Neueinsteiger auch zum Beispiel gut sein kann Aber... Naja... Hauptsache wir spielen das immer noch blind durch Also das kann ich immer noch bestätigen, dass ich es immer noch als Blind Let's Play hier durchziehe und nicht irgendwie privat schon gezockt habe Da braucht ihr echt keine Sorgen zu machen, denn ich habe in den meisten Fällen so gut wie keine Ahnung Irgendwie das hier alles funktioniert Wow! Okay Hm... Okay... Passt Pfff... Oh, nein! Was hat das denn gerade? Achso, der... Der Koopa war dafür gedacht. Achso. Ah, verstehe. Aber wozu braucht man einen Koopa, wenn man noch das kann? Wow! Okay. Ist hier irgendwas? Nee. Scheint nichts zu sein. Hm. Hm. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier ist noch irgendwas. Da, da, da. Also hier ist eine Röhre. Hier geht es ja auch weiter. Ah, hier ist sie. Okay. Secret Exit! Ich liebe es, wenn ich auf einmal Secret Exit finde. Dafür liebe ich das Spiel. Nein, liebe ich nicht. Jetzt muss ich das Level schon wieder spielen. Nur damit ich den normalen Ausgang kriege. Obwohl ich das eigentlich gar nicht machen muss, war ich ja mit dem anderen Level davor eigentlich schon. Egal. Ihr habt ja wahrscheinlich nicht den normalen Ausgang, vielleicht noch nie in eurem Leben gesehen, also schenke ich euch das einfach. Aber seht ihr, ich bin ein gutherziger Mensch. Ein gutherziger Mensch würde eigentlich seinen YouTube-Kanalen und seine Community da nicht in den Stich lassen und nicht die ganze Zeit Tick-A-Tack-Videos machen, wo er dann auch neue Freunde findet und so weiter und so fort. Falls ihr jetzt so für den einen oder anderen, falls ihr euch das fragt, ich meine... Ah! Wir sprechen gleich nochmal auf das Thema Tick-A-Tack an. Ja, also Thema Tick-A-Tack, falls ihr euch fragt, so unterscheidet sich überhaupt Tick-A-Tack ein bisschen aus diesem Kanal? Ja! Also das kann ich schon mal bestätigen. Hauptsächlich, weil ich auf Tick-A-Tack auch so machen kann, worauf ich Bock habe zum einem. Hier bin ich halt... Das trägt aber... Hier gibt es ja auch natürlich was ich machen will. Halt Neewald zum Beispiel. Ich kann gerne Livestream. Ich kann vieles an Gaming machen und dann auch noch gefühlt so lang, wie ich will. Also von den Videos her. Obwohl ich auch eine bestimmte Grenze habe, zum Beispiel 10 Minuten oder so. Also für ein Unterhaltungsvideo zum Beispiel. Oh Gott! Alter, ich war jetzt fast wieder dumm gestorben, Mann. Und da ist es noch so, dass ich zum Beispiel auf Tick-A-Tack Kuro Kuro Basket machen kann, weil es ja mein Lieblingsanime ist oder generell so Animanga. So was mache ich halt dort. Und hier betrifft es halt Gaming und Comedy. Weswegen sich die Karte ein bisschen unterscheiden. Und ja, das finde ich aber auch zum Teil gut. Dann trenne ich das auch ein bisschen. Aber hier habe ich zum Beispiel auch mehr Schneidefreiheit, würde ich ja so beschreiben. Heißt, ich kann da einfach viel raushasseln an Cutten und so. Also ihr wisst schon, an's Schneiden und so, an's Durchcutten und so weiter. Aber naja. Nein! Geh nicht nach oben! Achso, hier ist eine Wand. Ah. Ah! Das ist nicht lustig. Finde ich nicht witzig. Äh! Ey, das ist so ein Schmutz! Betrug, Alter! Ach ja, stimmt ja. Den kann man ja gar nicht verbrennen. Der ist ja schon verbrannt. Sauber! Oh oh! Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg! Schnell weg! Mann! Mario ist auch echt so eine Lusche! Oh oh! Hm-hm! Warte! Kann es ja, dass hier noch was... Nee! Okay! Ich sehe gerade eine Röhre! Hä? Das ist ein schlechter Scherz, oder? Alter! Alter! Das ist auch mein Scherz... Ja, nix! Wupsi! Die Steuerung hier ist miserabel. Schauen wir mal, was hier abgeht. Ernsthaft? Und sonst nichts? Es ist eine Zeitverschwendung! Hoffen wir mal, dass wir die zweite Starcoin nicht verpasst haben, weil sonst sind wir am Arsch. Hm-hm. Hier ist nichts. Moment. Okay, schnell ausnutzen! Ach so, das war ja klar! Bastard! Okay, jetzt muss ich mich beeilen. Okay, los, 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 los! Schnell ausnutzen! Okay, das war die zweite sogar. Und hier ist eine Brautflimmer. Puh! Also, dieses Level ist ein bisschen stressig. Hier kommt noch irgendwas, glaube ich. Ah, da? Okay. Heiß. Ich muss schnell machen, sonst hab ich verkackt. Ah! Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! Nix! Oh! Ich hab offiziell mein Bein kaputt gemacht. Okay. Okay. Geschafft. Endlich! Meine Fresse! Was ist denn das für ein Ding? Das sieht ihr eigentlich gar nicht. Scheiße. Aber hier... Oha, sogar Feuer! Und... Wasser... Und Eis meine ich. Und das sollen wir wahrscheinlich da hinwerfen? Genau. Alter! Gar nicht gut. Nein! Nicht schon wieder! Ah! 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 Nein, Yoshi! Komm doch her, Mann! Wir killen erstmal den einen und danach den anderen. Oh, shit! Falsche Richtung! Alter! Was ist das für ein krasser Boss? Ganz ernsthaft, der ist schon ein bisschen schwierig. Also, das muss ich schon sagen. Komm schon, Pfeil runter! Mist! Ich hab's geschafft! Ich wär jetzt nämlich ganz fast gestorben! Holy moly, ich hab's geschafft! Natürlich speichern! Dicker! Willst du mich verarschen? Ich schau mal, was hier dieser Secret Exit zu bedeuten hat. Oh! Da aktivieren dann die... Den Red Switch Button. Bam! So! Jetzt haben wir's! Aber man merkt, es geht echt weiter, so vom Inhalt. Das ist schon geisteskrank. Also, ich mein, das ist im positiven Sinne, natürlich. So, wir machen hier bei Malt'n Eislifts weiter. Äh, Neewer Mario Bros. Opening. Und dann auch noch mit dem lila Yoshi. Ja, gut. Da wissen wir schon mal Bescheid. Ah, jetzt sogar ein blauer Yoshi. Komisch, die ändern wohl jedes Mal die Farbe. Aber egal, das passt schon. Hauptsache, ich lande nicht auf den Knopf, weil dann kann ich's einfacher machen. Und mache es so. Nein, Yoshi! Yoshi ist weg. Ich bin ein Yoshi-Mörder. Okay. Gibt's hier ein Yoshi? Ja! Rosa Yoshi! So, jetzt ist nur die Frage... Ah! Natürlich. Ähm. Das habe ich jetzt ein bisschen verkackt. Ich warte lieber. Den Yoshi brauche ich jetzt ehrlich gesagt. Okay, schlitzel. Ja. Machen wir nur ein bisschen, weil vielleicht kriegen wir es auch so hin. Ja! Nice! Okay, jetzt schauen wir mal, wo der letzte sein kann. Oh! Das war... Das war echt knapp, Alter. Pfui! Das war... In den Vulkan rein? Okay. Machen wir das noch schnell. Alter, die Musik auch wieder. Also, die holen da... Oh! Oh! Einfach weggejietet! Schaut euch das an! Einfach weggejietet! Kann ich den auch töten? Also, die... Oh! Den kann ich auch töten! Jetzt ist nur die Frage... Okay, nee. Berühren kann ich das nicht. Aber... Die Frage ist, wie kriegen wir das hin? So. Jetzt nehmen wir nochmal einen Hammer, Bruder. Jetzt ist nur die Frage, wie kriegen wir das am besten hin? Also, da muss doch irgendwie was... zu bedeuten haben. Oder? Oh! Oder so! Verpiss dich und verpiss dich! Schauen wir mal, was wir... noch machen können. Erstmal hier rauf. Irgendwo... müsste er halt dann noch... Oh! Ich hab's ja rausgefunden! Tschüch! Oha! Was für ein Riesenfiel! Es hätte sowieso noch eine Star-Coin! Dann hätten wir das Level eigentlich schon gepackt! Digga, machen wir das schnell! Hauen wir lieber ab, bevor... ich noch sterbe! Okay, hier ist ein One-Up! Alter, war das knapp, Mann! Da ist ja die Trissel-Star-Coin! Diese Goin geht's ab ins Ziel! Let's go! Also, wie lief jetzt bisher ganz in Ordnung? Glaube ich. Wir machen noch Level 8. Magma Ice Burrow! Ich hab irgendwie ein ungutes Gefühl dabei. Ah, ich soll Pinguineiser werden. Na gut. Schau mal, ob ich da... Irgendwas machen kann! Alter, war das knapp, ey! Okay. Hier ist eine Röhre? Vielleicht führt das zu Star-Coin? Naja. Anscheinend nicht. Natürlich nicht. Da oben. Gut, dass wir die roten P-Sweaches aktiviert haben, sonst hätten wir ein Problem. Ah! Das ist jetzt nicht mehr lustig! Wie oft bin ich denn noch jedes Mal Secret Exit? Und dann auch noch ungewollt! Ich habe auf ne Star-Coin gehofft! Was krieg ich? Secret Exit! Das find ich nicht mehr lustig! Obwohl! So, hier waren wir ja. Hier war ja der Secret Exit. Jetzt müssen wir nur schauen, wo eigentlich die Star-Coins sind. Vor allem die erste, die sehen wir ja noch nicht mal. Ah, hier ist ne Röhre. Naja, war schon ein bisschen offensichtlich. Es ist jetzt ein Witz, oder? Wer hätte auch das gedacht, es ist natürlich die zweite Star-Coin. Wow! Es ist mir scheißegal, ob ich getroffen wurde. Ich möchte jetzt mal ein Ziel und danach die letzte Star-Coins holen. Ach so! Ach so! Und dann soll man wahrscheinlich ja darüber, genau. Okay. Dann soll man ja genau hier raus. Okay, es wird nur noch die eine Star-Coins ich habe ne Vermutung wo sie ist. Wir schauen erst mal, ob es auch wirklich stimmt. Ich zeig euch dann auch wo, also wenn ich sie gefunden habe, wo sie ist. Und ja, genau. Leute, ich habe mal nachgeschaut, weil da, wo ich dachte, dass es sein könnte, war es nämlich nicht. Ich dachte, es wäre hier drunter. War es natürlich nicht. Deswegen war der Bildschirm auch so weit oben. Mein Slide-Tier durch und dann einfach hier. Das war's! Es ist euer Herz! So, Leute. Das war's mit News of Mario Brothers Wii für diesen Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben da lassen. Bla, bla, bla. Wenn ihr wollt, den Kanal auch gerne abonnieren. Jetzt will ich ja, wie gesagt, ein bisschen zurückkommen und ein paar Videos mehr produzieren. Jetzt habe ich schon einen neuen Part gemacht. Jetzt schaue ich mal, was ich noch irgendwie raushasseln kann. Naja, bei mir beginnt sowieso bald die Hochschule. Also muss ich aufpassen. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, Leute! 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 Bis zum nächsten Mal.